Ah! Kacke! Milchwagen! Ja, das macht nicht so viel Sinn! Wow! Alter, ich glitsche mich hier durch den Wagen, das geht gar nicht! Da bin ich präsent! Oh, voll schneller! Schmierer! Schmierer! Cooper, take that! Cooper, take that! Warte, dritte! Ein Schwein, ein Schwein! Ein Schwein, ein Schwein! Ein Schwein, ein Schwein! Yeah, I'm frozen! Oh, komm schon! I am a star! I am a star! I am a star! I am a star! Oh, komm schon! Ich bin mit Marley, Death! Ja! Ja! Ich bin so viel, aber ich... Irgendwie haben wir heute voll keine KI-A-Zinn-Komentage! Hey, wo bin ich denn? Weiß nicht! Wuuu! Fuck! Fuck Marley, fuck Marley! Wer ist da 1 und 2? Leeroy Jenkins! Ey, das gibt's doch nicht! Ich bin schon seit dieser verkackten Lachs! Fahr doch mal schnell! Es ist so schlecht raus! Komm! Ich bin hier erst auf der Suche, die ganzen Beschleunigungsstreifen wieder zu nehmen! Ah, Auto! Ah, Auto! Let's go! Thank you very much! Ich werde mich besiegen! Obwohl ich noch den 10 und 13! Ja, du bist total erschüttert! Ja, ich bin... Positiv eingeschnitten! Ich mach hier grad... Knoppausers! Das ist sehr gut drauf! Giggi! Knoppaus! Ja, irgendwas mit dem Sausen macht sich Knoppaus auch! Lecker! Ich hätte auch vorbekommen von Knoppausern! Ey, Knoppausern lecker! Mh! 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 Ah! Das gibt's doch nicht! Ah, Danny! Ja, das gibt's doch nicht! So drum kann doch niemand sein, um die ganze Zeit gegen Autos zu fahren! Of course! Ich war die ganze Zeit dagegen! Das nervt uns so ab und trieb! Du siehst doch, das ist keine Beschwerdenkriege! 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 Reklammation Beschwerde! Liby hat einen Zaubertrank eingenommen! Ja, du brauchst doch einen Zaubertrank, ey! Oh Mann! Das ist ein Timmel für die geschlagen! Das gibt's scheiße! Und Adi brennt immer durch! Ach, was ist das? Ah, war ich nicht! Dance, dance, dance! Äh, ja! Scheiße! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Du sollst die! I just died in your arms tonight! Siehst du gar nicht! Okay, jetzt haben wir alle verschissen! Ja! Sag die, die immer esse! Ey, selbst Regenbogenboulevard ist für mich ne leichte Herausforderung, ja? Eine leichte Herausforderung? Ja, ne Herausforderung! Mach ich ne Fressen! Lidia hat sich schon verraten, wir werden verlieren mit erstmal! Ey, so gut bin ich jetzt ja! Stay down, ey! Ich glaub ehrlich! Ja, ja! Sorry, ich hab dich nicht gesehen! Sorry, ich hab dich nicht gesehen! Ne, gut in der Garage! Oh, ja! Ja, ich bin dann, okay! Ich habe einen... Heiß... Heiß... Ist man erstmal dafür so krmedi runterfogen, dass wir hier oben überhaupt in der Atmosphäre Es ist heute allein, ich hab gerade keinen Sound, äh... Ich kann es auch für meine Boxen-Box. Witz und es aus dem Boxen? Bad Box, scheiße. Die Bad Boxen. Die haben die Boxen! Yaaaay! Uncrack! 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 Oh ja, genau hier wo es... Aaaaaah! Fuck! Heheheheh... Heheheh... Keine punto... Kass uns die, die du auch dran hast! Hehehehe... Der zuletzt nach Lach am besten! Der zuletzt nach La... Lach... äh, der zuletzt nach Lachen... He schloss... Take that, Bitch! Oh! Warum bist du so schlecht, wenn ich gerade so gut bin? Hast du schon irgendwas gemacht? Geht Arbeite dran! Geht dies Geht dies Geht dies Du bist uncool Ganz was nicht cool Ganz was nicht cool Rollen sind uncool Gewinn ist uncool Das geht nicht so Das geht nicht so Oh! Oh Oh Die Breitein mit 180 KM Aber durch die Gegend Und ich war jetzt was so Das ist wirklich vorbei Das ist so wuchto Ah Verdammt Verdammt Nö Yeah Irgendwie nicht Nö Irgendwie nicht Oh Oh Alter ich dachte schon ich fahre da jetzt zu Das wäre ja noch der knimmere Grande gewesen Knimmere Grande Ja Ja ist das so Oh Was war das? Ich bin über die Eider Mensch wie Ich bin über die Eider Du bist jetzt nicht mit vor Ja und? Machst du auch mal Hühne die du esst? Oh Ich bin über die Eider Ich bin über die Eider Geht doch mal progermit Das ist es Auch Gott ehrlich Nei Ja Ich bin über die Eider Ich bin über die Eider Oh mein Gott, das geht ja für die Farben, wo man mit dem Scanner hat und ein bisschen eigentliche Farben sind, wo man das schaffen würde. Ich finde, er hätte sie lieber ein cooles Item für einen Hund zu packen. Ich hätte nur behalten sollen. Das ist ein bisschen mit anderen Teilen. Was gab's hier noch? Da gab eigentlich alles unsere Pickup-Cool, aber die Spezial-Items waren cool. Da kann ja wohl eine Kettenhund überhaupt kommen. Ja, hier als Kettenhund hat man ja hier jetzt den Google-Milli eingebaut. Es war ja dasselbe Prinzip, bloß dass Milli nur die Babys, König-Kuh und Gigant-Pyranja einsetzen konnten. Hab ich nicht gesagt, Milli wird erst. Da spared mich wirklich ein bisschen kommen. Nö, nö, mir ist heesssssssssss. Ach, adapted K撒 Numbers macht Aufmerksamkeit und Abk Katy亞. Das werden geplant. Ich bin aber gut im Mut, dass erst kommt irgendetwas Vernünftiges. Glaubst du? Ja, das geht. Ja, das wäre auch so gut. Bis auf die Stelle mit den Piranien ist das eigentlich eine ordentliche Strecke. Welche Piranien? Diese, die aus dem Watt kommen. Ja, da die eigene Rosalie war. Ich weiß doch, wir retten, wir sind von der Party. Ich weiß doch, da habe ich noch ein Gehebel hier. Oh Mann. Oh Mann! Wack, die vorne! Schalke! Radias! Super awesome standpoint! Zdarmu! Fuck! Warum fahre ich rüber? Ist ja geil! Fuck! Aber sowas wollte ich nicht. Sunder! Oh, ich hab den ersten getroffen. Ich bin so angelic. Wie die wird auch mal die Waffe gewöhnt. Wie gesagt, dass du in den Kopf spielen kannst. Wie gesagt, dass du in den Kopf spielen kannst. Du kannst auch die Waffe gewöhnt. Du kannst dich auch gut spielen. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Ja, wie die hat es einmal gemacht. Da hat sie ja versucht immer Erster zu werden. In jeder Strecke. Und sie hat jetzt zu gucken, wo die ganze Gegner sind. Dann hat sie dann nur Rückspiegel genommen. Dann hat sie dann wieder ein Rückspiel ausgemacht. Dann ist sie voll gegen die Wand gefahren. Und dann sind alle an ihr vorbei gefahren. Dann hat sich wieder Sechster. Ich war voll sauer. Ja, dann wird sie die Eisermacht von vorne machen. Piepschloss gerade. Ich hasse den Scheiß von mir. Ich war voll gut. Aber ich war glücklich. Hier ist der Scheiß von mir. Du sch بores. Jetzt war ich groß. Au, 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 au. Aua, au, 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 au. Ja, trotzdem, das ist ein bisschen. Kommen die alle oder was? Hey, kommen die nicht mal irgendwie am Arsch, dann kommen die alle doch an. Ich seh die alle. Könnten die mal auf und die abstehen. Oh ne, ne? Ne, ne, seid ihr dummen? Ne, seid ihr hässlich? Toll, wenn die da. Faack, nack. Na, komm. Nein, 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 Mimik, das ist noch der Kreeg! Nein! Mimik, du kackfacke! Jus, Adi, erster! Scheiße, dann Mimik! Oh, voll geaut, Alter, voll geaut! Ich hasse dich, du bescheiße, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, du bescheiße! Du bist ein Noob-Gamer! Du bist eine Kackpacke, du... You got no skill, bitch! You spit like a... Oh, Junge! Peach, peach. Ist gut. Nichts trinke, ist... Ich glaube, ich schwopfe Cola zurück und dann hast du Fleck auf deinen schönen weißen Hemden. Dann hast du keine reine Weste mehr! Ich hab sie gefunden! Okay, jetzt kommt's los. Diese Scheißenden ey, wir sind so dumm und wachstig gemacht. Ah ja. Ah ja. Oh Mann. Wär so geil. Wär so geil hat er es gemacht. Wär so geil hat er es gemacht. Leider geil. Ich find das andere Lied von denen viel besser. Oh Mann. Soll das Video dazu sein? Ich schenke dir die. Oh ja danke. Ich hab mal geputzt da. Anni! 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 So groß. König Mauser. Knochen Mauser.